Hallo ihr Lieben, heute ist Heiligabend und auf diesem Wege möchte ich euch und euren Lieben ein schönes Weihnachtsfest und schöne, besinnliche Weihnachtsfeiertage wünschen. Ich hoffe, ihr verruhmt diese Zeit im Kreise eurer Familien und genießt es, schlemmt, was das Zeug hält. Es wird sicher bei euch tolles Essen geben, freut euch auf die Geschenke und genießt einfach die tolle Zeit, denn Weihnachten ist die schönste Zeit, man ist mit seiner Familie zusammen und ja, freut euch auf diese Zeit. Ich wünsche euch frohe Weihnachten!